Da ist es jetzt, das MacBook Pro 16 Zoll. Und die Frage, die sich jetzt mir in den nächsten Wochen und Monaten stellt, ist, wird das der Umstieg für mich sein von Microsoft auf macOS? Ich möchte euch in den nächsten Videos hier auf eine kleine Reise mitnehmen, denn ich habe hier schon ein paar Erfahrungen mitgemacht. Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr Microsoft Windows User und war bisher auch immer sehr, sehr zufrieden. Vor einigen Monaten habe ich mit dem Hobby YouTube angefangen. Und ihr habt gesehen, ich habe schon einige Videos gemacht und es macht mir immer mehr und mehr Spaß. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, hey, es gibt ein wirklich sehr schönes Programm namens Final Cut Pro X für macOS, um wirklich sehr schön Videos zu schneiden. Und zwar mit vielen schönen Vorlagen, Übergängen und das ganze Programm dazu gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt war die Entscheidung, bleibe ich bei meinem Magix Video Deluxe, zu dem ich auch schon so ein paar Videos gemacht habe, was auf Microsoft Windows läuft, oder aber gehe ich den Schritt, gehe ich in Richtung macOS und kann dann mit dem Softwareprogramm meiner Wahl zukünftig Videos schneiden. Neben der preislichen Komponente, die immer mitkommt, wenn es um Apple-Produkte geht, ist der zweite Punkt für mich gewesen der Umstieg von Microsoft Windows auf macOS, weil ich leider auch sagen muss nach wie vor, dass ich grafisch von der Aufmachung, wie macOS aufgebaut ist, ich es im Verhältnis zu Microsoft Windows etwas, nennen wir es mal kindig, verspielt finde und dass Microsoft gerade in Windows 10 sehr viel aufgeräumter ist. Dennoch, ihr seht es hier, ich habe mein iPhone lieben gelernt, ich habe die AirPods, ich habe die Apple Watch, ich habe das iPad, das heißt eigentlich alle Produkte, die es von Apple so ziemlich gibt, mit denen arbeite ich jetzt wirklich schon eine ganze Zeit lang und ich bin auch super zufrieden damit. Das heißt, der letzte Baustein ist eben noch ein Gerät, was macOS unterstützt. Ich habe auch schon einen Versuch gewagt und zwar, das war im Februar diesen Jahres, habe ich mich dazu entschlossen, ein MacBook Pro 13 Zoll zu nehmen mit Touch Bar, also die große Variante, um darauf eben mal zu testen, wie das Ganze für mich ist und habe versucht, damit mit Final Cut Pro X dann ein paar Videos zu machen. Das Lustige ist, oder eher nicht so lustige ist, ich hatte es, also das hier ist das Modell auf der rechten Seite, ich hatte das Ganze, ich glaube drei oder vier Tage und war so unzufrieden, dass ich es direkt wieder zurückschicken musste. Ich habe dazu auch im Februar schon ein Video erstellt, das hatte ich auch fertig, habe es auch hochgeladen, aber nicht veröffentlicht, weil ich mir gedacht habe, hey, es hilft wahrscheinlich keinem weiter, ein schlechtes Video über ein MacBook zu veröffentlichen. Wenn ihr das Video dazu sehen wollt, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch das interessiert, dann werde ich es auch hochladen und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wo dort meine Probleme lagen. Zusammenfassung ist, ich war da wirklich von meiner Wartung her vielleicht auch zu hoch, aber ich war nicht zufrieden mit der Leistung, die aus diesem höchsten Gerät, was man in dieser 13 Zoll Serie bekommen kann, ja, was dort rausgekommen ist. Jetzt ist es November, das heißt, das ganze Jahr ist vergangen und ich habe mich bisher nicht davon losreißen können, immer wieder über das Thema Final Cut Pro X auf macOS nachzudenken. Ich muss aber auch sagen, dass es mir bisher sehr leicht gefallen ist, nicht ein MacBook zu kaufen, gerade aus dem Grund, weil viele Komponenten wie zum Beispiel die Tastatur dafür gesorgt haben, dass ich einen sehr großen Abstand hatte, bei diesen Geräten zu diesem Preis zuzuschlagen. Jetzt wurde das MacBook Pro 16 Zoll veröffentlicht. Ihr habt sicherlich alles schon gelesen, was es dafür zu wissen gibt. Und ein Punkt da ist zum Beispiel die Tastatur, die hier extrem verbessert wurde. Und ich habe mir es auch im Apple Store schon angesehen, muss ich sagen. Und das Ganze macht für mich wirklich einen sehr soliden Eindruck. Und ich denke, nach der ganzen Zeit, wo auch das Gehäuse etc. alles schon eine Zeit lang auf dem Markt ist, ist das für mich mittlerweile ein ausgereiftes Produkt, was jetzt mit der letzten Komponente der Tastatur das Ganze zu einem wirklich ausgereiften, entwickelten Produkt macht. Und ich mit diesem MacBook Pro 16 Zoll es jetzt wissen möchte und starte meine zukünftigen Videos dann unter Final Cut Pro X mit dem MacBook Pro 16 Zoll. Ganz kurz zu meiner Konfiguration. Ich habe mich jetzt da ein bisschen eingelesen und ich habe erst versucht, das kleinere Modell hoch zu konfigurieren. Aber ich werde es so machen. Ich werde hier die größere Variante mit dem i9 Prozessor nehmen in der Standard-Taktfrequenz. Den Arbeitsspeicher belasse ich rein für den Videoschnitt auch auf 16 GB. Reicht aus meiner Sicht und dann vorne hat mir da geholfen und hat ein paar Tests gemacht. Auch vollkommen aus für das, was ich jetzt auch in Zukunft machen möchte. Ich werde aber die große Grafikkarte nehmen, um beim Bearbeiten mit Videoeffekten und Co. einfach schneller zu sein. Und belasse es auch hier bei 1 TB SSD und werde mich hier, wenn die Projekte größer werden oder zum Auslagern, dann auf ein externes SSD-Medium gehen, um damit weiterzuarbeiten. Das ist meine Konfiguration, mit der ich jetzt hier gehen werde. Und das System wird in den nächsten Wochen kommen. Und dann werde ich auf jeden Fall hiervon meine Erfahrungen und eine Spreche geben. Die gleiche Konfiguration mit der i7 CPU ist unwesentlich günstiger. Deshalb wollte ich hier auf jeden Fall die zwei Cores noch mitnehmen im Vergleich 6 Core zu 8 Core, um hier auch wirklich die maximale Performance beim Bearbeiten meiner Videos mit rausholen zu können. Für mich ist das, wie gesagt, ein recht großer Schritt, diesen Wechsel zu machen nach der ganzen Zeit. Und ich möchte euch gerne auf diese Reise mitnehmen und euch die Möglichkeit auch geben, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr euch selbst Gedanken macht, lohnt sich vielleicht ein Wechsel oder was tauchen da für Sachen auf, dann stellt mir die Fragen doch einfach mal unten in die Kommentare. Dann kann ich das in meinen Tests mit einbauen und euch bei den nächsten Videos auch darauf antworten. Habt ihr euch auch schon mal belegt, euer Betriebssystem, also hier in dem Fall die ganze Plattform zu wechseln, dann schreibt mir mal in die Kommentare, was euch bisher gehindert hat, diesen Schritt zu gehen. Okay, meine Reise zu macOS wird jetzt hier starten mit dem MacBook Pro 16 Zoll. Wenn ihr mitkommen wollt auf diese Reise, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Und stellt mir alle eure Fragen in die Videokommentare unterhalb des Videos. Und schaut doch auch gerne immer mal in die Videobeschreibung mit rein. Dort packe ich euch ständig aktualisiert auch wieder Links mit rein, wenn ich irgendwo ein gutes Angebot für einzelne Produkte finde. Okay dann, vielen Dank fürs Abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!